ja servus 16 mai ist 2022 aktuell kurz vor drei uhr und kurz vor vier uhr beginnt dann langsam die mondfensternis eine totale mondfensternis ich weiß aus der vergangenheit jahre zuvor es gab immer irgendwelche naturkatastrophen bei seiner mondfensternis da sind wir mal gespannt habt ihr schon mal so etwas erlebt im mondfensternis vielleicht sogar eine sonnenfinsternis ich freue mich auf eure kommentare danke